Ich sehe dein Schicksal. Es fließt wie ein Fluss, der sich vor dir erstreckt. Herzlich Willkommen auf meinem Gameplay-Kanal, Fumashiro. Hier werdet ihr Livestreams sehen, ihr werdet Videos sehen, alles rund ums Gameplay, alles rund um AAA-Titel. Angefangen mit Assassin's Creed Valhalla, Godfall und Cyberpunk. Die Videos werden für euch in 4K erscheinen und der Livestream wird in 2K stattfinden. Wenn euch das gefällt, was ich mache, lasst mir einen Daumen oben da, empfehlt mich gerne weiter und habt einfach Spaß mit mir und meiner kleinen feinen Community. Und wie sage ich immer so schön, seit über drei Jahren, bleibt gesund und Semperfim. Ich sehe, was du begehrst, was dich so weit in die Ferne zieht. In Länder voll von Macht, Mysterien und Legenden. Aber du verbirgst etwas. Du wandelst im Schatten. Wonach strebst du? Ich sehe Eroberungen. Ich sehe deine Feinde. Deine Mühen. Deine Zweifel. Dich erwartet Ruhm. Uns erwartet Ruhm. Ab 10.11.2020. Live auf meinem Kanal Assassin's Creed Valhalla. Lass uns den Plan durchgehen. Der Plan ist ab 12.11. im Synchron-Livestream mit Dutsi Dutsi für euch Godfall zu rocken. Ein Loot-Slasher im Koop. Ab 19.11. live in 2K auf meinem Kanal Cyberpunk 2077. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da und abonniert meinen Kanal. Glocke nicht vergessen. Bis dahin. Semperfim.